Fitness mit Marc Folge 413 Herzlich Willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber. Er liebt jedes Insekt. Bis auf Mücken und Fliegen. Marc Maslow Moin moin, ich bin Marc Maslow, dein Dranbleiben-Fitnesscoach von Marathonfitness.de Es gibt einen richtigen und einen falschen Weg, um gute Vorsätze umzusetzen und Fitnessziele real werden zu lassen. Worauf es dabei ankommt, erfährst du in der heutigen Folge. Die nächste Folge ist Koro. Ich habe Koro entdeckt, als noch Lockdown war, weil ich gerne Lebensmittel online bestelle. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bestelle gerne große Mengen. Ich zahle lieber ein bisschen mehr und spare dann in Summe. So ähnlich wie aus dem L'Oreal-Film Papa and Deportas, wo er eine ganze Palette voller Senfgläsern bestellt. Ich bin so ähnlich. Ich bestelle große Portionen und das reicht dann auch ein bisschen. Und genau das bietet Koro auch. Die haben qualitativ hochwertige Lebensmittel, die du online bestellen kannst in großen Portionen und die reichen dann auch ein bisschen länger. Auf deren Website korodrogerie.de findest du eine riesengroße Auswahl an verschiedenen gesunden Produkten, wie zum Beispiel ein hervorragendes Mandelmus. Oder mein absoluter Favorit sind die Ingwer-Shots, die du in dein Trainingsgetränk reinmischen kannst. Oder eben auch so als Durstlöscher, denn da ist kein Zucker drin. Das ist einfach nur gepresster, abgefüllter Ingwer, der einfach wunderbar schmeckt. Und als drittes bestelle ich mir regelmäßig die Soja-Protein-Crispies mit 75% Protein und Kakao. Tolle Möglichkeit, dein Frühstück mit Protein aufzupeppen und es schmeckt einfach genial. Meine Empfehlung, klick dich einfach mal durch, durch das Sortiment auf korodrogerie.de und wenn du den Code FMM, wie Fitness mit Marc, beim Bezahlen eingibst, dann bekommst du nochmal 5% Rabatt auf deine Bestellung. Was auch immer dein Ziel ist, vielleicht hast du Bock auf einen flachen Bauch oder eine athletische Figur. Empfehlungen, was dafür zu tun ist, gibt es viele da draußen. Zugegeben, es gibt gute Empfehlungen und es gibt vielleicht weniger gute Empfehlungen. Der Punkt ist der, selbst wenn die Empfehlungen richtig gut sind und das Konzept funktioniert, was dahinter steht, dann gilt immer noch, du wirst das Ganze nur dann durchziehen, wenn du damit auf einer anderen, auf einer tieferen Ebene beginnst. Die Frage ist ja, was macht dich überhaupt zum Dranbleiber? Jeder Mensch da draußen, davon bin ich fest überzeugt, hat die genetische Veranlagung dazu, fit zu sein und gut auszusehen. Wie athletisch du bist, das hängt von deinen Gewohnheiten ab. Und die Frage ist ja, warum fällt es uns so leicht, ungesunde Gewohnheiten, die wir vielleicht schon länger in unserem Leben mit uns mitschleppen, immer wieder zu wiederholen oder in sie zurückzufallen, anstelle sie konsequent durch neue, bessere, gesündere, fittere Gewohnheiten zu ersetzen. Ich finde es spannend, wenn wir jeden Jahresanfang uns anschauen und ich begleite das Ganze ja auch schon seit einiger Zeit als Fitnesscoach. Viele Menschen beginnen das ja immer wieder mit guten Vorsätzen, ernähren sich bewusst, trainieren regelmäßig, ziehen ein wirklich ambitioniertes Programm tagelang durch, vielleicht auch wochenlang durch. Und wenn wir uns dann die Statistiken zeigen und die Realität spiegelt das ja auch wieder, wenn wir in Fitnessstudios gehen, dann verläuft dieses Projekt Veränderung. Ich werde ein besserer Mensch, ein gesünderer Mensch für viele Menschen früher oder später im Sande. Fitnessstudios werden leerer. Ja, und irgendwann ist das Ganze dann vielleicht vergessen oder irgendwo in den Hintergrund gerückt, bis dann das nächste Jahr wieder der Januar losgeht. Aber auf der anderen Seite gibt es Menschen, die dranbleiben und die werden belohnt. Die bauen sich stabile Fitnessgewohnheiten auf. Und solche stabilen Gewohnheiten, die wirst du so schnell nicht wieder los. Das ist wie beim Zähneputzen. Das sitzt so tief drin, das macht man einfach und denkt nicht mehr drüber nach. Ich mag die Metapher, die James Clear in seinem internationalen Bestseller die Ein-Prozent-Methode bringt. Der sagt nämlich, das, was du heute tust, deine heutigen Taten sind wie eine Wahl. Du gibst eine Stimme ab für den Menschen, der du in Zukunft sein wirst. Was machen Menschen anders, die langfristig Erfolg haben, die solche guten Gewohnheiten aufbauen können? Klar, sie schaffen es eben, diese Gewohnheiten aufzubauen, aber sie tun auch noch mehr als das. Sie verändern ihre Identität. Meine These ist, wer seine Gewohnheiten langfristig ändern will. Langfristig, nicht nur ein kurzes Strohfeuer, sondern langfristig. Der darf zunächst mal seine Identität verändern und prüfen, passt denn meine Identität zu dem, was ich hier vorhabe. Denn alles, was du heute tust, ist ein Spiegel deiner heutigen Identität. Ob das jetzt bewusst abläuft oder unbewusst. Und um dein Verhalten für immer zu verändern, willst du etwas Neues über dich selbst glauben. Lass uns mal ein Beispiel nehmen. Angenommen, du würdest 10 Kilo abnehmen wollen. Bei so einem Ziel geht es um eine bestimmte Leistung, eine messbare Leistung, die 10 Kilo weniger und ein bestimmtes Aussehen, das unterstelle ich jetzt einfach mal, dass du erreichen möchtest. Und beides ist großartig. Die Sache hat einen Haken. Das sind ja Ziele, das sind messbare Ziele. Und Ziele sind etwas anderes als Gewohnheiten. Und sie sind auch etwas anderes als deine Identität. Falls du die nötigen Gewohnheiten, nehmen wir jetzt mal an, drei Trainingseinheiten pro Woche würdest du durchziehen wollen. Dreimal richtiges Krafttraining pro Woche ist eine wunderbare Gewohnheit für so ein Ziel. Nehmen wir mal an, du trainierst schon dreimal pro Woche. Du hast also diese Gewohnheit bereits etabliert. Dann ziehen Ziele, die du dir setzt, dich in Richtung dessen, was du erreichen willst. Aber wenn du diese Gewohnheiten erst aufbauen musst, dann darfst du dich bewusst mit deiner Identität auseinandersetzen. Und das ist dann der erste Schritt. Das heißt, Veränderung findet nicht nur auf der Ebene des Handelns statt, sondern findet auf mehreren Ebenen statt, können da drei Ebenen unterteilen. Die erste, die tiefste Ebene ist deine Identität. Und das ist eigentlich nur ein Wort, bedeutet der Mensch, der du sein willst. Hier ist ein Beispiel. Ein Dranbleiber könnte zum Beispiel über sich denken. Ich bin ein Mensch, der trainiert, wenn er es sich vorgenommen hat. Die zweite Ebene sind dann deine Gewohnheiten, also die Dinge, die du regelmäßig tust. Zum Beispiel, ich trainiere dreimal pro Woche mit schweren Gewichten. Und dann, auf der dritten Ebene, sind wir im Außen. Dein Aussehen, also wie du dich von außen wahrnimmst und wie andere Menschen dich von außen wahrnehmen. Zum Beispiel, in diesem Rahmen, 10 Kilo abnehmen, wäre das dann, du siehst aus, als hättest du 10 Kilo abgenommen. Und das macht klar, dass die äußerliche Veränderung zunächst einmal eine Veränderung oder eine Anpassung im Inneren voraussetzt. Um die Figur zu erreichen, die du dir wünschst, sind bestimmte Gewohnheiten nötig. Gewohnheiten, die nur dann stabil sind, wenn sie zu deiner Identität passen. Wenn Menschen an ihren Zielen nicht dranbleiben, dann versuchen sie meist, ihr Verhalten zu ändern, ohne dabei ihre Identität anzupassen, zu verändern. Oder überhaupt auf dem Schirm zu haben, dass das eine Rolle spielt. Die fokussieren sich dann auf das Ergebnis im Außen, ohne zu wissen, welcher Mensch sie werden dürfen, um ihr Ziel zu erreichen. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Bevor du 10 Kilo abnimmst, solltest du dich entscheiden, der Mensch zu sein, der sich täglich bewegt und für den richtiges Krafttraining Alltag ist. Und dann tust du es, indem du es tust, beginnst du, Beweise für dich selbst zu liefern. Ja, ich bin dieser Mensch. Ja, du bist dieser Mensch. Vielleicht, indem du dreimal die Woche schwere Dinge hebst. Montags, Mittwochs und Freitags. Vielleicht auch, indem du einfach Bewegung einbaust. 10.000 Schritte am Tag sind so ein schönes Ziel. Oder vielleicht auch, weil du Protein mit jeder Mahlzeit isst. Das sind alles nur Beispiele. Es geht darum, dass du im Außen Dinge tust, in deinem Verhalten, die dazu beitragen, welcher Mensch du sein willst. Hier sind ein paar weitere Beispiele. Nehmen wir mal an, es geht ja darum, stark zu sein und stärker zu werden. Dann wäre eine mögliche Identität, du bist der Mensch, der kein Workout ausfallen lässt. Eine passende Gewohnheit, richtiges Krafttraining montags, mittwochs und freitags. Und als Minimalziel Einsatzliegestütze montags, mittwochs und freitags. Warum ist das Minimalziel so wichtig? Nun, du brauchst diese kleinen, für dich sehr leicht erreichbaren Zwischenziele, mit denen du dir selbst beweist, auch an Tagen vielleicht als Plan B, wo du kein richtiges Workout unterbekommst, dass du etwas tust für dein Ziel. Und das wäre dann dieser eine Satz Liegestütze montags, mittwochs und freitags als Minimalziel. Lass uns noch ein zweites Beispiel nehmen. Ich formuliere es einfach mal ganz breit. Du willst schlank und athletisch sein und das nicht nur sein, sondern auch langfristig bleiben. Dann wäre eine mögliche Identität, du bist der Mensch, der kein Workout ausfallen lässt und sich zu 90% ausgewogen ernährt. Klammer auf, 10% kannst du essen, was du willst. Klammer zu. Und damit komme ich dann zur zweiten Ebene, der Gewohnheitsebene. Das würde dann zum Beispiel bedeuten, richtiges Krafttraining dreimal pro Woche, tägliche Bewegung und Ernährung nach dem 90-10-Prinzip. Ja und als Minimalziel Einsatzliegestütze, Montag, Mittwoch, Freitag, jeden Tag ein Spaziergang. Das kann man auch gut integrieren, zum Beispiel Telefonate beim Spaziergehen zu machen und so weiter. Dazu habe ich ja auch schon bereits andere Folgen. Und Protein mit jeder Mahlzeit. Jetzt bist du dran. Was genau bedeutet das für dich? Was ist erstens dein Ziel? Wofür trainierst du aktuell? Was ist dein Fitnessziel, das du verfolgst? Wenn du dein Ziel klar hast, darfst du dir Gedanken darüber machen, welcher Mensch darfst du werden, um dieses Ziel zu erreichen. Und ganz klar, wir reden hier über Veränderung. Wenn du an einem Punkt bist, wo du sagst, hey, ich bin hier mitten im Flow, ich bin so fit, wie ich sein möchte, es fällt mir leicht, ich habe diese Gewohnheiten alle aufgebaut und ich möchte da dranbleiben. Und dann willst du ja nichts verändern, dann hast du diese Identität schon. Wenn du aber etwas verändern möchtest, dann brauchst du eben nicht nur ein Ziel, sondern auch eine passende Identität dazu. Die zweite Frage lautet also, welcher Mensch darfst du werden, um dieses Ziel zu erreichen? Und dann als drittes, welche kleinen Dinge tust du regelmäßig, um dieser Mensch zu werden? Ja und ganz klar, wir alle verfolgen unsere eigenen Ziele und die unterscheiden sich voneinander. Deine Ziele sind wahrscheinlich ein bisschen anders als meine und die sind anders als die der anderen, die hier zuhören. Und trotzdem nennen wir uns Dranbleiber. Das ist unsere gemeinsame Identität, die sich in unseren Elf-Dranbleiber-Prinzipien widerspiegelt. Die habe ich auch mal zusammengefasst. Kannst du dir online durchlesen und mal gucken, ob das für dich auch so passt. Und nach außen symbolisieren wir das und verknüpfen wir uns darüber über den Hashtag Dranbleiber. ohne die Vokale, also D-R-N-B-L-B-R, hast du vielleicht schon mal gesehen oder auf Instagram nutzen das viele. Und das ist ein Symbol für unsere Identität, unser Erkennungszeichen, vielleicht so ein kleiner Insider, wenn man sich begegnet. Und ich bezeichne das auch gerne als einen Talisman und einen Reminder für die Tatsache, dass die Veränderungen im Außen in uns selbst beginnen. Und aus dieser Idee, dass du deine Identität wie eine zweite Haut tragen kannst, entstand 2016, alle, die schon länger dabei sind, erinnern sich vielleicht, ein Crowdfunding-Projekt für unseren damals ersten Sweater. Wir hatten so einen Sweater mit dem Hashtag ganz fett auf der Brust drauf. Und wir haben seitdem diese Produkte mehrmals überarbeitet. Und inzwischen nutzen wir nicht mehr Prints, sondern solche hochwertigen und vor allen Dingen langlebigeren Stickereien. Ja, dazu machen wir meist einmal im Jahr unseren geheimen Online-Pop-Up-Store auf. Wir nehmen Bestellungen auf für alle, die da mitmachen wollen. Dann machen wir den Shop wieder zu. Das wird dieses Jahr am 29. Januar sein. Dann haben wir alle Bestellungen und gehen in die Fertigung. Lassen unsere hochwertigen Community Sweatshirts, Hoodies und Shirts individuell mit unserem Signum veredeln. Für alle, die die Idee genauso lieben und nutzen wollen. Genau, das machen wir dieses Jahr auch. Wenn du dabei sein willst, kannst du deine Bestellung noch bis zum 29. Januar aufgeben. Danach schließen wir und verschicken das Ganze bis Ende Februar. Was mir dabei ganz wichtig ist, ist, es geht natürlich um die Idee dahinter. Es geht um die Idee, dass du dich mit deiner Identität beschäftigst. Und es gibt noch eine zweite Technik, die wir auch nutzen wollen, die auch aus dem Profisport kommt. Das ist die Technik, die wird häufig ankern genannt. Das ist so eine Art mentale Verknüpfung. Und damit kannst du Gegenstände oder auch Berührungen, du kannst mit allen Sinneswahrnehmungen arbeiten, emotional aufladen. Und diese Technik nutzen, um dich in jeder Situation in einen bestimmten emotionalen Zustand zu bringen. Zum Beispiel, um Höchstleistung zu erbringen oder eben auch zum Beispiel, um runterzufahren, wenn es dir um Regeneration geht. Und wir nutzen unsere Klamotten eben auch, um sie mit unserer Identität zu verknüpfen. Wie das Ganze funktioniert, das erfährst du in meinem mentalen Trainingsprogramm für Dranbleiber. Das ist so ein Minikurs, richtig schön kurz und knackig über das Ankern. Diesen Minikurs, den gibt es bei uns mit jeder Bestellung dazu. Sozusagen als mentales Benutzerhandbuch für unsere Kollektion. Falls dich das Thema Ankern interessiert, dann bleib einfach dran. Du bekommst jetzt im Anschluss zwei der vier Abschnitte aus dem Buch zum Mithören. Konkret geht es um die Frage, warum ist das Ankern ein so hilfreiches Tool, das du nutzen kannst, um an deinen Zielen dran zu bleiben. Und ja, worum geht es da eigentlich? Und möglicherweise wirst du feststellen, dass du in vielen Lebensbereichen das auch bereits tust, ob bewusst oder unbewusst. Also viel Spaß mit der ersten Hälfte dieser mentalen Trainingseinheit. Motivation auf Knopfdruck Wie du Motivationstiefs leichter überwindest und deine Ziele schneller erreichst. Ein mentales Trainingsprogramm für Dranbleiber von Marc Maslow Warum einige Menschen sich leichter aufraffen als andere Woran liegt es eigentlich, dass du dich an manchen Tagen wunderbar zum Training, Kochen oder was auch immer aufraffen kannst? Und an anderen Tagen fühlt es sich an, als sei dein sexy Hinterteil mit Pateks am Sofa festgeklebt? Wenn es dir geht wie mir, dann hast du diesen Zusammenhang vielleicht schon bemerkt. Wenn du gut drauf bist, ist Motivation selten ein Thema. Tja, und wenn du nach einem anstrengenden Bürotag mental einfach durch bist, dann sieht es oft ganz anders aus. Auch wenn du eigentlich den ganzen Tag nur gesessen hast. Oder vielleicht auch gerade deshalb. Deine Emotionen bestimmen deinen Erfolg. Und dazu gehören, na klar, auch Motivation, Begeisterung und Power. Den meisten Menschen fällt es schwer, Motivation in ihre Sporttasche zu packen oder Motivation anzuziehen. Aber zum Glück bist du nicht die meisten Menschen. Durch Mentaltraining kannst du Motivation nämlich anziehen. Oder du kannst auch Selbstbewusstsein oder Energie oder Fokus anziehen. Du kannst sie auch mit ins Training nehmen, wenn du willst. Zum Beispiel in Form deines wunderschönen Dranbleiber-Towels, deines Hoodies oder Shirts. Bevor wir gleich über das zugrunde liegende psychologische Phänomen reden, solltest du etwas Wichtiges bedenken. Motivation ist ein Verhalten. Genauso wie du dich vielleicht schon mal unmotiviert verhalten hast, verhältst du dich motiviert. Das heißt, du bist nicht deine Motivation. Motivation ist etwas, das du bewusst oder unbewusst tust. Und letztlich bedeutet Motivation nur eins. Du bist in der Lage, den Fokus auf dein Ziel zu legen. Und zwar dann, wenn es zählt. Das bedeutet auch, dass es dir immer leichter fällt, Dinge auszublenden, die dich früher von deinem Ziel abgehalten hätten. Wie entwickelst du diese Fähigkeit? Dazu gehören zwei simple Dinge. Erstens, du definierst Ziele. Und zweitens, du programmierst dein Unterbewusstsein mit diesen Zielen. Darüber, wie du Ziele richtig definierst, hast du im kostenlosen Dranbleiber-Newsletter bestimmt schon was gelesen. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung findest du außerdem unter Mental-Training in meinem Buch Looking Good Naked. Es ist entscheidend, dass du den folgenden Punkt nicht überspringst. Nimm dir Zeit, um zu definieren, was du wirklich willst. Die wenigsten Menschen nehmen sich Zeit und definieren klar und messbar, was sie wirklich wollen. Wer an diesem Punkt eine Stunde investiert, kann sich später Jahre und Jahrzehnte unnötige Arbeit ersparen. Also frage ich dich an dieser Stelle, hast du dein Ziel klar? Ja? Super. Dann bringst du alles für den zweiten Schritt mit. Nun kannst du nämlich mit Mentaltechniken Verhaltensweisen trainieren, die dich automatisch dranbleiben lassen. Der Schlüssel liegt in deinem Unterbewusstsein. Sobald du ein Verhalten automatisierst, brauchst du fast keine Willenskraft mehr, um dieses Verhalten weiter durchzuführen. Und die Technik, die du jetzt kennenlernst, ist in der Psychologie gut erforscht. Die heißt dort Priming. Und gerade im Coaching-Bereich nennt man sie auch Anker. Ich persönlich mag den letzteren Begriff lieber. Ich finde den anschaulicher und deswegen reden wir im Folgenden einfach von Anker. Ankern ist eine mächtige Mentaltechnik, die dir dabei hilft, starke positive Emotionen mehr oder weniger auf Knopfdruck zu erzeugen. Diese Technik wird gerade im professionellen Bereich häufig verwendet. Gerade da, wo es um Höchstleistung geht. Und damit meine ich nicht nur den Leistungssport. Die Technik ist für sich genommen außerordentlich simpel und das wirst du gleich merken. Außerdem ist sie universell. Das heißt, du kannst sie in allen Lebensbereichen anwenden. Und wie du gleich sehen wirst, tust du das auch schon. Was sind Anker eigentlich? Kennst du das Gefühl, wenn du einen richtig guten Tag hast, dann läuft alles spielerisch, du bist gut drauf, dein Körper fühlt sich großartig an, du strotzt nur so vor Selbstvertrauen und Energie. Und dann gibt es Tage, die das komplette Gegenteil darstellen. Du fühlst dich schlapp, unfokussiert und kannst dich gerade mal für die Couch und Netflix begeistern. Ja, und das sind beides Beispiele für Zustände. Zustände, in denen du dich befindest. Dein jetziger Zustand ist ein Produkt deiner momentalen Physiologie, Neurologie, deiner Gedanken und Gefühle. In welchem Zustand du dich jetzt gerade befindest, ist also kein Zufall. Es ist etwas, das du kontrollieren kannst. Wenn wir schlecht drauf sind, dann schieben wir das gerne auf äußere Umstände. Es ist ja früh am Morgen und du hattest noch keinen Kaffee, wie soll man denn da produktiv sein? Ja, genau. Die Wahrheit ist, dein Zustand entsteht in dir. Der entsteht nicht im Außen. Und deswegen bleiben einige Menschen in Situationen tiefenentspannt, in denen andere sich aufregen und die Kontrolle verlieren. Und das sind gute Nachrichten. Denn wenn der Zustand in dir entsteht, dann kannst du ihn auch verändern. Und genau darum geht es in diesem kleinen Hörbuch. Du kannst positive Zustände gezielt verankern. Ankern ist eine Konditionierung, eine mentale Verknüpfung, die du aus eigener Kraft herstellen und trainieren kannst. Das bekannteste Beispiel ist die Konditionierung des Pavlovschen Hundes. Sieht ein Hund Futter, dann läuft ihm das Wasser im Mund zusammen. Das ist angeboren. Der Wissenschaftler Pavlov konnte nachweisen, dass die Reaktion des Hundes sich in kurzer Zeit auch auf andere Stimuli, zum Beispiel das Klingeln einer Glocke, programmieren lässt. Und dafür bekam er dann den Nobelpreis. Der gleiche Mechanismus funktioniert nicht nur bei unseren vierbeinigen Freunden, sondern er funktioniert auch bei dir. Ein Anker ist eine unbewusste Verknüpfung zwischen einem äußeren Impuls und einem emotionalen Zustand. Und dieser Impuls kann in jedem der fünf Wahrnehmungskanäle stattfinden. Also sehen, also zum Beispiel, wenn du das Dranbleiber-Logo auf deinem Towel siehst. Hören, zum Beispiel der Rocky-Soundtrack. Fühlen, zum Beispiel das Gefühl deines Dranbleiber-Shirts auf deiner Haut. Riechen, wie der Geruch frisch gemahlener Kaffeebohnen. Schmecken, zum Beispiel der erste Schluck Kaffee am Morgen. Und wo wir schon bei Kaffee sind, für die Kaffeetrinker unter uns hier ist ein Phänomen, das dir vielleicht schon mal aufgefallen ist. Wenn du morgens, nach nur einem Schluck Kaffee, dich sofort wacher fühlst, kennst du das? Du trinkst nur einen Schluck und fühlst dich sofort wach. Einige fühlen die Energie, die der Kaffee ihnen gibt, sogar schon beim Zubereiten des Kaffees, noch bevor sie was trinken. Das liegt definitiv nicht am Koffein, kann es nämlich gar nicht. Denn bis das Koffein im Blutkreislauf ankommt, vergehen 30 Minuten. Das heißt, der Zustand von ich fühle mich wach, ist mit dem Kaffeegenuss verankert. Das ist ein Anker bei den Kaffeetrinkern von uns. Der Mechanismus des Ankerns ist für dein Unterbewusstsein also überhaupt nichts Neues. Anker verwendest du jeden Tag, ohne es zu wissen. Lass mich von einer Freundin erzählen. Sie leidet an Reisekrankheit und wenn sie die Kabinenluft im Flugzeug riecht, dann wird ihr übel, noch bevor sie am Platz ist. Auch das ist ein Anker. Es ist faszinierend, wie viele solcher Programmierungen wir im Laufe unseres Lebens erwerben, ohne dass uns das bewusst ist. Ja und gleich lernst du einen Weg kennen, wie du diesen mentalen Mechanismus gezielt nutzen kannst, um deine Ziele zu verwirklichen und an ihnen dran zu bleiben. Und hier ist noch ein Tipp. Es kann gut sein, dass dir in den nächsten Tagen und Wochen, nachdem du dieses kleine Hörbuch gehört hast, mehr und mehr deiner eigenen Programmierungen auffallen. Und es ist gut, wenn du bewusst damit umgehst und kontraproduktive Anker gar nicht erst entstehen lässt. Hier ist ein Beispiel. Wer seine Mahlzeiten häufiger auf der Couch isst, bekommt später vermutlich Appetit auf Essen oder Snacks, sobald er nur auf der Couch Platz nimmt. Das war der Auszug aus dem kleinen Hörbuch. Das Ganze gibt es auch als E-Book mit dem Titel Motivation auf Knopfdruck für Dranbleiber. Dieses Hörbuch bekommt jeder, der bei uns im Shop was kauft, mit dazu. Du merkst das Ganze auch. Ich habe dieses Hörbuch für die Kollektion produziert. Deswegen ist das sozusagen die mentale Anleitung für die Kollektion. Aber die Technik des Ankerns, du weißt ja jetzt, was sind Anker, wofür braucht man die, beziehungsweise wofür kannst du sie nutzen. Die dort beschriebene Technik habe ich angewandt auf unsere Kollektion. Und du kannst das Ganze natürlich auch auf alles andere anwenden. Du kannst es mit Dingen machen, du kannst es mit Orten machen, mit Gegenständen, mit Situationen. Deiner Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Ja, und das bringt mich auch zum Ende der heutigen Folge. Worum ging es heute? Erstens natürlich das große Thema Identität. Was für ein Mensch willst du sein? Was für ein Mensch bist du? Und wie würde sich ein Dranbleiber verhalten? Jemand, für den Fitness und Gesundheit wichtige Werte im Leben sind und der diese Werte lebt. Das ist vielleicht auch eine spannende Frage, die ich dir auf diesem Weg nochmal mitgebe, bis wir uns dann in der nächsten Folge wiederhören. Ich wünsche dir alles Gute und ich hoffe, wir hören uns. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über Apple Podcasts, Spotify oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Denn die beste Möglichkeit dran zu bleiben ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder dein Lieblingsgerät liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf Apple Podcasts gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst. Oder du gehst auf www.marathonfitness.de-podcast und klickst dort auf Abonnieren. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf Apple Podcasts oder auf Spotify, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein. Versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Also, kennst du jemanden, dem dieser Podcast helfen würde? Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine weitere Empfehlung.